guten tag heute gibt es mal einen kleinen raketen test ich habe die schon ein paar jahre rumliegen und zwar die dämonen raketen die man und die jr4 diablo und die skyrockets alle von jorge die nem ist glaube ich 9 gramm 9 gramm und bei dem dämon raketen 9,5 gramm also kein großer unterschied na ja ich bin mal gespannt viel spaß beim video ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hehehe, niedlich. Hehehe, niedlich. Hehehe, niedlich. Hehehe, niedlich. Hehehe, niedlich. Hehehe, niedlich.